Hallo Freunde der Nacht und herzlich willkommen zurück zu einem Tag. Und zwar dem mir selbst kreierten Entweder-Oder-Tag. Den gibt es so oder so ähnlich auf anderen Kanälen bereits schon, aber ich habe mir eigene Fragen ausgedacht, die sich natürlich mit den Fragen von anderen teilweise überschneiden, aber das sind glaube ich nur so zwei, drei Stück. Ja, und ich wollte im Rahmen dieses Tags mal mein Kaufe- und Leseverhalten ein bisschen reflektieren. Ich werde also hier nicht inhaltlich über Bücher sprechen oder über spezielle Geschichten, sondern einfach über, ja, wie ich lese, wie ich kaufe, für was ich mich entscheiden würde, denn es geht darum, sich quasi zwischen zwei Fraktionen, zwischen vielleicht auch zwei Extremen zu entscheiden und ich wünsche euch jetzt dabei ganz viel Spaß. Nummer eins, Lange Reihen oder Einzelbände. Das ist für mich schwierig. Alles ist gut, wenn es gut gemacht ist. Natürlich. Und ich muss aber auch sagen, dass es sowohl bei sehr langen Reihen, also sage ich mal zehn Bände plus, als auch bei Einzelbänden sehr schwierig ist, sehr gute Bücher beziehungsweise sehr gute Autoren und Autorinnen zu finden. Bei beides eine spezielle Art von Talent bedarf. Ich liebe es zum Beispiel, wenn bei Einzelbänden die Balance gehalten wird zwischen, es ist nicht zu viel Plot und nicht zu viel Charakterbildung und nicht zu viel Konflikt und nicht zu viel Magiesystem und gleichzeitig aber auch natürlich nicht zu wenig von all dem. Ja, man braucht eine gute Mischung und man darf aber nicht zu viele Probleme aufbauschen, die man sowieso in einem Band nicht verarbeiten kann. Bestes Beispiel, wo es nicht geklappt hat, ist für mich der Orden des Geheimen Baumes. Ist ja im Deutschen zwar ein Zweiteiler, aber im Englischen Original ein Buch. Und da merkt man einfach auch, dass zum Beispiel gewisse Genres nicht so gut für Einzelbände geeignet sind, wie zum Beispiel High Fantasy, weil einfach das sehr komplex ist. Wohingegen Urban Fantasy-Geschichten eigentlich ziemlich gut funktionieren. Bestes Beispiel ist da für mich, was Einzelbände betrifft, Nina Blason. Ich glaube, es ist eine deutsche Autorin, es ist aber auf jeden Fall eine deutschsprachige Autorin, die es immer wieder schafft, genau den richtigen Punkt zu finden und genau das richtige Maß, wenn es darum geht, eine magische Geschichte mit leicht romantischen Elementen, aber auch viel Action mit teilweise düsteren Elementen, in ein Buch einzubauen und da aber auch noch ein gutes Ende draus ziehen zu können. Finde ich total toll. Ich muss aber auch sagen, im Kontrast dazu ist natürlich ein Einzelband ein Snack. Also es ist schon eine leichtere, keine leichtere Kost, aber hat nicht die Art von Komplexität, die Lange Reihen haben. Und deswegen würde ich mich an dieser Stelle auch für Lange Reihen entscheiden. Ich habe sehr viele Lange Reihen in meinem Regal. Für mich, ich feiere Geschichten, wenn sie einfach zehn Bände plus haben, das ist so, weil die mich dann lange Zeit in meinem Leben begleiten. Vor allem, wenn es auch noch so ongoing Geschichten sind, wie zum Beispiel die Gilder der Jäger von Alini singen oder mich hat lange begleitet die Scheibenwelt-Romane von Terry Pratchett. Der ist jetzt ja zwar gestorben, aber ja, ich habe da immer wieder jedes Jahr ein, zwei Bücher gelesen und deswegen hat der Autor in meinem Leben einfach mehrere Jahre Zeitraum, also Zeit eingenommen. Und das fand ich toll, weil man mit Geschichten, mit Charakteren, mit Magiesystemen, mit ganzen Welten mitwachsen kann. Und was mich da besonders prägt, ist natürlich auch, dass das ist so, wo mein alterndes Ich überdauert. Das heißt also, ich die Reihe immer noch, obwohl ich sie seit über zehn Jahren teilweise die Reihen lese, immer noch mag und immer noch feiere, sie also mit mir wächst. Und gleichzeitig, ich halte es Liebe, in diese vertraute Welt jedes Jahr wieder einsteigen zu können. Zum Beispiel bei der Black Dagger Brotherhood Series von J.R. Ward. Da finde ich es einfach toll, dass ich weiß, es kommt jedes Jahr ein neuer Band raus, manchmal sogar zwei, dass ich die Charaktere wieder sehe, dass ich mich freue, in so eine Art zweite Heimat wieder eintauchen zu können. Und das ist ein Effekt, den halt nur lange Reihen haben. Dieses an diese Welt gebunden sein, dieses sehr involviert sein, dieses starke Mitfiebern und eben auch die tatsächlich, und das muss man einfach sagen, die anhaltende Qualität. Das heißt nicht, dass hier das Buch da total perfekt ist oder dass man jedes Buch total feiert. Bei längeren Reihen gibt es nun mal eben auch die Tendenz, dass man zwei, drei Bände hat, wenn es jetzt zum Beispiel eine Reihe ist wie J.R. Ward, also von J.R. Ward, die Black Dagger Brotherhood, die ja jetzt in den 38. Band geht, dass es da einfach auch mal ein paar Lows, also zwischen den Heists gibt es sozusagen. Aber trotzdem tut es ja der Gesamtqualität von der Reihe keinen Abbruch, wenn die kontinuierlich trotzdem viel, viel mehr gute Qualität geliefert hat als schlechte. Also da verzeige ich zum Beispiel auch schlechte Bände eher als bei einer Trilogie, weil bei einer Trilogie, wenn da halt ein Band richtig, richtig kacke ist, dann sind es halt direkt 33 Prozent von der gesamten Geschichte. Wenn, sag mal, fünf Bände oder so von einer 38-bändigen Geschichte nicht so gut sind, denkt man so, ja, pff, was juckt es mich? Ist ja auch trotzdem mega gut. Und die Chance, dass halt ein weiterer guter Band erscheint, ist mega groß. Ja, ich bin jetzt keine große Statistikerin, aber ich kann mir ungefähr ausrechnen, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist. Ja, und deswegen liebe ich lange Reihen. Die haben eine ganz besondere Art, mich in Welten zu ziehen und ich würde immer wieder natürlich, wenn die Qualität gut ist, ist natürlich klar, eine lange Reihe vor einem Einzelband bevorzugen. Nummer zwei. High Fantasy oder Urban Fantasy? Kurz zur Begriffsdefinition. Also High Fantasy bedeutet, ich habe eine riesengroße Welt, die komplett selbst erschaffen wurde vom Autor oder der Autoren. Das heißt, wir haben eigene Kontinente, ein eigenes kulturelles, politisches, ökonomisches und religiöses System und auch, ja, meistens übernatürliche Wesen. Bei klassischen High Fantasy-Geschichten wie zum Beispiel Herr der Ringe von Tolkien oder auch Eragon von Christopher Paolini gibt es üblicherweise, ja, Orks, Zwergen, Dämonen, Menschen, Elfen. So, das ist ungefähr das grobe Ding. Da kann natürlich auch noch jede andere Wesenheit inkludiert sein, aber das sind so die Klassiker, würde ich jetzt mal sagen. Und ja, es ist eine eigens erschaffene Welt, die mit unserer nicht unbedingt was zu tun hat. Also selten, sehr, sehr selten. Und Urban Fantasy ist genau das Gegenteil davon. Das heißt, wir haben unsere Welt, so wie wir sie kennen, mit all den technischen Errungenschaften, die wir auch kennen. Und der Unterschied ist, dass es aber zusätzlich eine Art Parallelgesellschaft gibt oder ein zusätzliches Element, wie das Element der Magie, das in unsere Welt eingebaut wurde. Man hat zum Beispiel Klassiker wie Twilight, das heißt, wir haben unsere Welt, aber es gibt eben Vampire in einer Art separaten Gesellschaft. Dann können noch Werwölfe dabei sein oder Sirenen oder Dschinn, also eher übernatürliche Wesen werden in unsere Welt eingebaut und üblicherweise, aber nicht zwangsweise, natürlich nicht, gibt es auch immer einen höheren Romance-Anteil in Urban Fantasy-Geschichten, als es in High Fantasy-Geschichten der Fall ist. Vielleicht auch, wenn man in High Fantasy-Geschichten halt viel mehr Worldbuilding betreiben muss. So, also der ungefähre Tonus ist genau der. Und ich entscheide mich in dem Fall für, und ich habe wirklich lange überlegt, ja, ich wollte mir natürlich auch schwierige Fragen stellen, aber ich entscheide mich für die High Fantasy. Denn ich finde gerade dieser krasse und dieser sehr beeindruckende große kreative Schaffensprozess, der von High Fantasy einfach gefordert wird, der beeindruckt mich. Und es ist für mich nochmal eine ganz andere Hausnummer, sich wirklich alles selbst auszudenken. Magische Gesetzmäßigkeiten, religiöse Systeme, eigene Währungen, eigene Religionen. Als quasi die Welt zu nehmen, die wir schon haben. Es ist natürlich praktisch, wenn man sich nicht so viel ausdenken muss. Und damit ist es vielleicht auch zugänglicher für viele Menschen, weil man halt sich auch nicht so viel an Details und an Infos merken muss, um gut in eine Welt einsteigen zu können. Aber trotz dessen, dass die Schwelle bei High Fantasy an Anforderungen viel höher ist, ist so der Mehrwert, wenn man es denn geschafft hat, dort einzusteigen, auch viel, viel höher. Also wenn ich da mal alles verstanden habe und wenn ich mal irgendwie durchgeblickt habe, wie da alles funktioniert, wer die Charaktere sind, wer ist wichtig, wer ist reich, wer ist arm, wer ist mächtig, wer ist nicht mächtig und so weiter. Und was hat die Wirtschaft da für einen Einfluss auf die Religion und was hat die Religion Einfluss da auf die Regierung zum Beispiel. Und da drin bin, dann bin ich mit meiner ganzen Seele in dieser Geschichte und dann tendiert es auch eher dazu, dass es vielleicht sogar ein Jahreshighlight wird. Und gerade eben, weil sich so viel ausgedacht werden muss und weil da so viel Herzblut auch reingesteckt werden muss und so viel Arbeit und so viel Blutschweiß und Tränen, honoriere ich einfach diesen Schaffensprozess noch ein klein wenig mehr als bei Urban Fantasy. Das ist keine Abstufung an dieser Stelle. Das heißt auch nicht, dass es keine guten Urban Fantasy-Geschichten gibt. Ganz im Gegenteil, ich habe sehr viele Lieblingsautorinnen und Autoren, die Urban Fantasy-Geschichten schreiben und ich liebe diese eben auch. Aber ja, für mich hat das einfach nochmal eine andere Schlagkraft so von dem, was an Anforderungen an eine Geschichte gestellt werden. Und ja, ich muss auch sagen, viele meiner Lieblingsautoren, wenn ich jetzt so über mein Regal gucke, das sind schon auch High-Fantasy-Geschichten. Nummer 3. Morgens, mittags oder abends lesen? Ja, also ich bin definitiv eine Abendsleserin, schrägstrich Nachtsleserin, weil ich ja unter der Woche einen 9-to-5-Job habe. Also ich muss meine Brötchen verdienen und auch meine Miete und deswegen komme ich tagsüber einfach überhaupt nicht zum Lesen. Meine Mittagspause beträgt auch nur 30 Minuten. Da schaffe ich es gerade mal so ein bisschen Essen in mich reinzuschaufeln und das war es dann auch. Das heißt, da habe ich einfach keine Zeit für und am Wochenende ist es auch eher so, dass wenn ich es kann, weil ich von Natur aus eine Langschläferin bin, schlafe ich eher so bis in den Mittag, in den Mittag rein ist übertrieben, aber so bis zum Vormittag schlafe ich auf jeden Fall am Wochenende, wenn ich es kann. Und dann habe ich auch ein bisschen so eine Anlaufzeit, wo ich erst noch was essen und so und bis ich dann zum Lesen komme und alle Sachen erledigt habe am Wochenende, ist dann eher auch Abend oder Nachmittag. Die einzige Ausnahme ist, wenn ich im Urlaub bin und halt wirklich mal da einen Tag Strandtag oder sowas mache oder da irgendwo an einem See rumliege und wirklich nichts anderes vorhabe. Aber dadurch, dass ich eher so eine Abenteuerurlauberin bin, die gerne halt irgendwie viel unternimmt, tendiert es auch eher dahingehend, dass ich dann auch im Urlaub eher abends lese. Ich finde auch, dass gerade Nachtstunden, also speziell nach der Dämmerung, diese Stunden eine ganz besondere Atmosphäre haben. Denn wenn die Welt still um mich rum ist und wenn alles so ruhig und friedlich erscheint, dann werde ich nochmal auf eine ganz andere Art und Weise in diese Geschichten reingezogen, die ich lese. Und ich erlebe das Lesen dann auch irgendwie intensiver. Ich kann gar nicht sagen warum, aber es ist oft so, dass ich, wenn ich abends die Lampe anhabe und auf meiner Couch sitze und lese, gar nicht merke, dass fünf Stunden vergangen sind. Und das habe ich am Tag zum Beispiel nie, weil halt doch jemand mal anruft, dann klingelt der Postbote, dann hat man Hunger und will was essen. Und abends ist es irgendwie nie der Fall und irgendwie gefällt mir das, mich so voll komplett auf eine Geschichte einlassen zu können und mich auch so gut fokussieren zu können. Nummer vier. Mehrere Stunden am Stück lesen oder immer mal wieder zwischendrin. Ich bin auf jeden Fall, weil ich mich ja so gern intensiv in Geschichten fallen lasse, jemand, der eigentlich nicht unter drei Stunden anfängt zu lesen. Klar, wenn ich jetzt auch mal zwei Stunden Aufenthalt irgendwo am Flughafen habe, dann werde ich auch da lesen oder so. Aber ja, normalerweise ist es so, weil ich ja abends anfange zu lesen, dass ich mir einfach meistens, wenn ich ehrlich bin, Open End Zeit nehme und sage, ich lese es einfach so lange ich will, weil ich habe eh immer Schlafmangel. Das ist für mich einfach Standard seit über 20 Jahren, dass ich Schlafmangel habe. Genau, und deswegen genieße ich das auch total, dass ich da mehrere Stunden mehr Zeit vernehmen kann. Ich bin halt auch jemand, ich gucke so gut wie nie Fernsehen, also schon gar kein Kabelfernsehen. Ich gucke aber auch echt wenig Serien und ich gucke fast gar keine Filme. Also ich habe da so meine zwei, drei Serien, wo vielleicht alle drei Jahre mal eine neue Staffel rauskommt oder so. Das kürzlichste, was rausgekommen ist, zum Beispiel Stranger Things, also Staffel vier. Die habe ich dann auch komplett durchgesuchtet, die habe ich total geliebt, jetzt hintereinander wegzuschauen. Aber ansonsten, ich gucke einfach nicht so wahnsinnig viel und deswegen stecke ich all meine Zeit, die ich dann eben abends habe, auch wirklich ins Lesen und deswegen kommen da auch immer eher ein paar Stunden zusammen. Für mich ist aber auch so, gerade weil ich viel Fantasy lese, ist es so, wenn ich jetzt nur eine halbe Stunde Zeit oder so nehmen würde, um in so eine komplexe Welt einzusteigen, dann bin ich gefühlt gerade erst eingestiegen und bin schon wieder draußen und dann habe ich davon irgendwie keinen Mehrwert. Deswegen ganz klar, ich bin jemand, der sich lieber mehrere Stunden Zeit nimmt, um dann zu lesen. Nummer fünf, drinnen oder draußen lesen. Ich bin auf jeden Fall jemand, der Stille, Ruhe und die völlige Abwesenheit von Menschen braucht, um zu lesen. Das hat damit zu tun, dass mich ganz, ganz viele Kleinigkeiten nerven. Das ist wahrscheinlich auch übertrieben, aber wenn jemand hustet im Raum, dann bin ich raus. Ich weiß nicht, warum das so ist. Das Einzige, was ich akzeptieren kann, sind Tiere um mich rum. Das finde ich völlig okay, aber alles andere ist für mich irgendwie störend. Deswegen lese ich tendenziell eher drin, aber wenn ich mich jetzt irgendwo abgelegen mal an den See lege oder wenn ich im Urlaub am Strand liege, dann werde ich da auch lesen. Ja, also weil ich dann auch lesen muss, sonst will ich. Ich kann nicht den ganzen Urlaub nicht lesen. Das wäre für mich ein Unding. Das funktioniert nicht. Aber ja, ich habe halt zu Hause eher die Ruhe und die Zeit und die Muße und deswegen lese ich viel drin. Aber ich habe auch so eine Art Hybridplatz in meiner Wohnung und das ist mein Balkon, weil da habe ich mal Ruhe. Da kann ich auch so ein bisschen in die Natur rausschauen und das finde ich eigentlich ganz schön, weil man hat so den Komfort von zu Hause, die Nähe zur Toilette, die Nähe zum Essen und gleichzeitig eben doch dieses Gefühl, draußen zu sein. Nummer sechs, an Büchern schnuppern oder nicht? Die Frage musste ich mit reinnehmen, weil ich Leute suche, die genauso verrückt sind wie ich. Ich liebe es, an Büchern zu schnüffeln. Ich mache das immer dreimal eigentlich, wenn ich ein Buch kaufe und zwar, wenn ich es gekauft habe, wenn ich es zu Hause kurz nach den Neuerscheinungen vorstelle und wenn ich es gelesen habe. An den drei Punkten schnüffle ich immer an meinen Büchern. Ich weiß nicht, warum das so ist. Das plane ich auch nicht. Das passiert einfach automatisch. Und es ist mittlerweile so krank eigentlich schon, dass ich sogar Verlage unterscheiden kann von der Art, wie viel Chloranteil zum Beispiel in dem Papier ist, was für Papier benutzt wird, also Recycling oder normales Papier. Das riecht man einfach. Das klingt total verrückt, ich weiß. Aber ich liebe es. Ich liebe es, an Büchern zu schnüffeln. Für mich hat das einen ganz eigenen Geruch. Für mich haben auch Bibliotheken einen ganz eigenen Geruch. Nummer sieben, das Thema Sub. Bist du oder bin ich viel mehr? Fraktion hoch hinaus? Oder weniger ist mehr? Ja, ich bin auf jeden Fall jemand, denen es nicht so wirklich interessiert, wie hoch mein Sub ist. Ich zähle das ja auch schon nicht und ich habe das auch nirgendwo festgehalten. Ich wollte mal so einen Goodreads-Account erstellen, aber irgendwie habe ich dann nachgefühlt 300 Büchern keinen Bock mehr gehabt, die alle zu scannen. Ich habe einmal eine Zählung durchgeführt, da war ich ungefähr bei 2000 Büchern und ungefähr bei, ich glaube, knapp 300 zu 280 Büchern auf dem Sub. Ich glaube, dass es ungefähr weiterhin so ist. Natürlich ist es eine hohe Zahl, sowohl an Büchern zu Hause als auch an Subbüchern, aber mich stört das nicht. Mich würde aber auch nicht stören, wenn der Sub 10 Bücher, auf dem Sub 10 Bücher sind. Ich gehe mit dem Thema einfach sehr entspannt um. Ich muss es mir leisten können, ich muss irgendwo auch noch Platz haben, deswegen sortiere ich ja auch regelmäßig aus und es muss, es darf keine Belastung für mich sein und das ist es einfach auch nicht. Ja, und deswegen bin ich, glaube ich, eher, wenn ich mich entscheiden müsste, Thema hoch hinaus, weil ich lieber mehr Auswahl habe als zu wenig. Ich bin ja so eine Spontanleserin, das heißt, ich kann keine Leselisten für mich erstellen, das funktioniert einfach nicht, ich greife zu diesen Büchern sowieso nicht, weil dann so ein kleines Trotzkind in mir hochkommt, das ist, naja, ein anderes Thema. Und deswegen ist es immer gut, eine breitere Auswahl zu haben, sodass ich dann auch wirklich das Buch da habe, auf das ich dann auch Lust habe. Und ja, deswegen, ich gehe damit eigentlich sehr entspannt um, aber ich kann auch verstehen, wenn jemand sagt, mich nervt es voll und ich werde sowieso nicht mal alles lesen können, da gibt es wahrscheinlich auch halt eine Grenze, also zwischen ein Buch auf dem Sub und 1000 Büchern auf dem Sub ist halt auch nochmal ein bisschen so der goldene Mittelweg. Und ja, deswegen stört es mich nicht, aber wie gesagt, ich verstehe auch, wenn jemand es halt stört, wenn es Druck aufbaut bei jemandem. Nummer 8. Bad Boy oder Bad Girl? Ich wollte das unbedingt mit reinnehmen, weil ich finde, dass der Trope oder das Strickmuster eines Bad Girls viel zu wenig im Büchern thematisiert würde und wenn es thematisiert wird, wie zum Beispiel in All In von Emma Scott, dann wird es schlecht gemacht. Also ich mochte All In einfach von ihr nicht. Und ansonsten ist es halt immer eher der Bad Boy, ja, also der gut aussehende, muskulöse, sich auch irgendwie nicht gut benehmende Typ, der aber dann von der Frau geläutert wird und so und seinen inneren Gentleman entdeckt, so ungefähr. Mit dem kann ich gar nichts anfangen. Ich mag keine Bad Boys, weder in Büchern noch im echten Leben. Ich finde die oft arrogant, überheblich, egozentrisch und auch oft leicht narzisstisch. Und ja, deswegen bin ich auch eher dann Team Good Guy sozusagen, da immer das Gegenteil. Aber ich mag halt im Gegenzug witzigerweise eher die, ich sag mal, antipathischen weiblichen Protagonistinnen. Also ich mag das Good Girl nicht so richtig. Ich rede jetzt in Klischees und Kategorien, ja. Die jungfräuliche, verschüchterte, mega intelligente, ganz besondere junge Frau, die unscheinbar ist für alle andere, aber dann nur von diesem einen Chi plötzlich gesehen wird, wie besonders sie ist und wie besonderer als alle anderen in ihrem Umfeld. Das ist natürlich auch immer wieder so ein Vergleich zwischen Frauen, den ich auch nicht mag, dass eine Frau hervorgehoben werden muss und alle anderen werden niedergemacht. Auch das finde ich einfach blöd. Aber ich mag halt das Thema oder das Konstrukt eines Bad Girls, weil die halt mit den Regeln bricht, weil die vielleicht auch eher maskuline Verhaltensweisen an den Tag legt. Maskulin, auch hier jetzt wieder in stereotypischen binären Kategorien gedacht. Auch da gibt es natürlich, das ist alles fließend, da gibt es irgendwie auch Grauzonen, ganz klar. Aber ja, ich mag das einfach, auch wenn Charaktere dunkel sind. Das heißt nicht unbedingt Bad Boys, sondern dunkle Charaktere, die vielleicht auch in moralischen Grauzonen sich bewegen. Beste Beispiel für ein Bad Girl ist auf jeden Fall Jude und auch Nesta. Jude ist aus die Elfenkrone Trilogie und Nesta aus dem fünften Band jetzt mittlerweile der Reihe Das Reich der sieben Höfe. Auch die Bücher kann ich alle empfehlen. Ja, aber ich mag das einfach und ich finde, das kommt leider Gottes viel zu selten in Büchern vor. Nummer 9. Lange, ausführliche Videos schauen oder lieber kurze, knackige Videos. Ich bin auf jeden Fall eher die Person, es merkt ihr bestimmt auch auf meinem Kanal, die lange labert, die viel labert und die sich auch gern ausführlich über Bücher auslässt. Ja, ich bespreche einfach Bücher und ich kann auch Bücher, glaube ich, auf keine andere Art besprechen, ausführlich und ja, lasst quasi alles auf die Welt, was mir dazu so einfällt, weil ich finde oder weil ich es selbst auch mag, solche Videos zu gucken. Also ich schaue gern, liebe ausführliche, lange Videos, denn für mich steht da so ein bisschen das Thema Transparenz und das Thema, wie gehe ich mit der Empfehlung, die jemand mir ausspricht, um. Ich versuche es mal ein bisschen zu begründen und zwar ist es für mich so, wenn ich, wenn jemand mir sagt, oh, das Buch war mega toll, dann freue ich mich erstens für die Person und zweitens denke ich mir, warum? Erklär mir doch mal, warum du es gut findest, was fandest du toll, was fandest du schlecht und wenn dann jemand sagt, ja, da kam zum Beispiel das Strickmuster Dreiecksbeziehungen drin vor oder es gab eine Haters-to-Lovers-Geschichte, also da wird so halt mit Strickmuster ein bisschen gespielt. Und das und das mag ich halt sehr, sehr gerne, also zum Beispiel den Trope oder das Strickmuster Dreiecksgeschichte und ich fand, da war auch noch relativ viel Drama drin, aber auch ein bisschen Witz. Gleichzeitig gab es den und den und den Konflikt, der gut aufgemacht wurde und zu meiner Zufriedenheit beendet wurde, dann sind das alles Anhaltspunkte, die mir als Zuschauerin in dem Moment was bringen und ich daraus adaptieren kann, ist es auch was für mich oder nicht. Denn allein die Begründung, egal wie das Ergebnis ist, also das Ergebnis, mir gefällt das Buch oder mir gefällt das Buch nicht, allein die Begründung ist ja das, was für mich als Zuschauer essentiell ist. Also wenn ich jetzt weiß, okay, sie sagt, sie mag Dreiecksgeschichten, die Dreiecksgeschichte ist halt Thema in der Geschichte oder in dem Buch, das sie da gerade vorstellt oder eher, dann weiß ich, okay, ich mag keine Dreiecksgeschichten, danke für die Info, ich lasse die Finger von diesem Buch. Und das ist genau dieser Effekt, den ausführliche Videos eher auf mich haben. Weil wenn jemand nur sagt, ich mag das Buch und das war's, weil es witzig war von mir aus, vielleicht noch mit einem Halbsatz, dann kann ich damit leider Gottes nicht so viel anfangen. Das heißt trotzdem, dass diese Videos ihre Existenzberichtigung haben, das ist ja auch das Schöne an der Booktube Bubble. Jeder findet so ein bisschen seinen Platz und seine Nische, sich wohlfühlt. Aber ich bin auf jeden Fall jemand, der sich lieber zehn Sätze zu viel anhört, als auch nur eins zu wenig, sodass mir halt eine Rezension vielleicht gar nichts bringt. Und deswegen mag ich es. Ich mag es, wenn Leute ausführlich fangirlen über Geschichten. Ich mag es, wenn sie mir detailreich erklären, wie sie sich beim Lesen gefühlt haben, was diese Gefühle ausgelöst haben, wie sie vielleicht sogar auch Strickmuster durchschauen oder neue Dinge entdecken oder neue Gedankenansätze bekommen durch Bücher. All das kann man ja spoilerfrei in der Rezension sagen und deswegen, ja, ich mache meine Videos einfach so, weil ich auch solche Videos gerne gucke. Nummer zehn. Kaufverhalten. Coverkäufer oder nur der Inhalt zählt? Ich bin ein bisschen untergerissen, weil ich würde lügen, wenn ich jetzt hier sitze und sage, ich hätte nie ein Buch wegen dem Cover gekauft. Das ist einfach nicht wahr. Ich habe schon einige Bücher wegen dem Cover gekauft, muss ich mir jetzt eingestehen. Und ich bin zwar nicht mega oberflächlich, es gibt auch sehr viele hässliche Bücher, die in meinem Regal stehen und die ich trotzdem liebe und die auch trotzdem in der ersten Reihe stehen dürfen. Aber ja, es gab auch Bücher, die ich auch immer noch hier, oder es gibt Bücher, die ich immer noch hier stehen habe und das rein aus optischen Gründen, obwohl ich die Geschichte nicht so arg mochte. Ist halt leider so, muss ich mir jetzt eingestehen. Trotzdem bin ich auf jeden Fall eher, also der Bereich, der Inhalt zählt. Natürlich ist es toll, wenn beides passt, wenn also beides irgendwie sich die Waagschale hält, das Cover hübsch ist, die Geschichte toll ist, dann bin ich vollkommen zufrieden. Aber mir bringt es halt nichts, wenn es einen schönen Umschlag hat und ich mich dann nur über das Buch aufrege. Bestes Beispiel ist zum Beispiel, das war jetzt ein bisschen sehr wiederholend, aber gut, ist eine der neuesten Reihen von Deiner Fallen Armenschau, Blaine Ash. Da habe ich auch das Gefühl gehabt, oh, es ist ein richtig tolles Cover. Mir hat das wirklich sehr gut gefallen. Das Cover ist einfach unfassbar toll. Aber die Geschichte war halt gar nichts für mich und deswegen ist es natürlich auch rausgeflogen. Also, ja, der Inhalt ist schon das Wichtigste, die Geschichte muss passen. Am Ende des Tages, ja. Ich entscheide mich dafür. Nummer 11. Digitale oder haptische Ausgabe? Und da habe ich jetzt auch ein bisschen überlegt, weil ich bin auf jeden Fall jemand, ganz offensichtlich, der viel gebundene oder halt einfach viel gedruckte Bücher kauft. Ich mag es auch eben, an Büchern zu schnuppern. Ich mag es hier in der Hand zu halten. Ich mag es über das Cover zu streicheln. Ich mag das Gefühl von Seiten zwischen meinen Fingern. Und es gibt auch zum Beispiel Special Editions, wie die große illustrierte Ausgabe von Michael Endes und die unendliche Geschichte, die einfach nur in gedruckter Form funktioniert. Weil das kann man sich auf einem E-Wieder nicht angucken. Das Buch ist mega schön, mega groß und ist natürlich aufwendig illustriert. Und deswegen braucht man da die gedruckte Ausgabe. Also, es gibt auch einfach E-Books, die keinen Sinn machen würden. Aber, ja, ich sehe momentan auch immer noch oder weiterhin, den Vorteil von E-Books. Erstens ist es nachhaltiger. Zweitens ist es viel leichter. Also nicht nur im Sinne von vom Gewicht her leichter, sondern auch von der Einstellung, was die Schriftart betrifft oder die Schriftgröße. Also das ist einfach viel angepasster an jedes individuelle Bedürfnis. Dann ist natürlich auch drittens ein E-Book-Reader viel leichter. Man kann viel mehr Bücher mit sich rumschleppen und zwar die ganze Zeit permanent. Ja, man muss auch keine Angst haben, dass dann das Buch irgendwie kaputt geht, Wasserschaden hat oder sonst irgendwas. Klar, das Gerät kann kaputt gehen, aber üblicherweise werden ja bei diesen E-Readern die ganzen E-Books in der Cloud gespeichert. Wenn man sich also ein neues Gerät zulegt, dann kann man sich alle E-Books einfach wieder runterladen auf das entsprechende Gerät. Also ich sehe sehr viele Vorteile. Für mich ist ein bisschen so das Leseerlebnis einfach das, was die gebundene Ausgabe immer noch attraktiver macht. Ich muss aber auch gestehen, gerade wenn ich jetzt abends im Bett liege und lese und dann irgendwie so mit dem Kopf auf der Seite bin, ist es schon sehr anstrengend, so ein Buch zu halten und dann irgendwie schläft der Arm ein, dann ist der Arm taub und man denkt sich die ganze Zeit, oh, das ist voll unbequem. Wenn man aber einen E-Reader hat, kann man sich den einfach auf den Bauch legen, ja, so aufstellen, so quasi, jetzt, Moment, so, ich kann es schlecht zeigen, so, so. Also man stellt sich den so auf den Bauch, ja, hier ist dann das Display und hier ist halt die Rückseite und dann kann man einfach ganz entspannt lesen, ohne auch nur einen Finger krumm machen zu müssen. Man macht nur einmal Tipp, wenn man die Seite umblättern will. Ich finde es göttlich. Und ich habe jetzt in letzter Zeit einfach, weil Bücher recht günstig als E-Book verfügbar waren, auch ein paar E-Books gelesen und habe das Leseerlebnis tatsächlich auch sehr genossen, einfach aus reiner Bequemlichkeit. Und auch wenn ich jetzt zum Beispiel viel, weil es hier heiß ist in letzter Zeit, am See liege und so, bin ich auch eher Printausgabe-Typ, ja, also dann nehme ich einfach den E-Reader mit und denke mir, ja, ich habe da sowieso noch E-Books drauf, die ich lesen möchte, dann nehme ich doch jetzt einfach mal das. Genau. Trotzdem entscheide ich mich, auch wenn die vernünftigere Variante und auch die, ja, mehr sinngebende Variante das E-Book wäre für die gebundene Ausgabe, weil ich nun mal auch ein Sammelmensch bin und weil ich meine Bücher auch gern angucke und genau das fehlt mir einfach bei E-Books. Mir fehlt dieses gesamte Kauf, dieses gesamte, ich fasse das Buch an Erlebnis, ich rieche daran Erlebnis. Ja, und deswegen ist es dann eben doch am Ende des Tages die gedruckte Ausgabe. Nummer 12. Gebrauchte oder neue Bücher kaufen? Eine sehr lange Zeit meines Lebens habe ich nur gebrauchte Bücher gekauft und zwar die meiste Zeit meines Lebens. Ich konnte mir jetzt wirklich viele frisch gekaufte Ausgaben erst leisten, seit ich auch einen regelmäßigen Job habe und das ist auch erst seit zwei Jahren jetzt knapp der Fall, nicht mal ganz zwei Jahre. Das heißt, ich habe den größten Teil meines Lebens Gebrauch gekauft, weil ich als Studentin nun mal, ja, nicht chronisch pleite war, aber ich hatte mehrere Jobs und ich hatte meine Miete zu bezahlen und Essen zu bezahlen und ich wollte auch noch ins Ausland und so und deswegen habe ich jede Kröte dafür eher gespart. Ich habe also sehr, sehr viel gebraucht gekauft und deswegen bin ich auch diesen gesamten Medimops, Rebuy, Ebuy-Plattformen und so was total dankbar, dass es sie gibt, weil dadurch konnte ich einfach trotzdem genauso viel lesen, wie ich mochte oder wollte und ja, dafür aber nicht so viel Geld ausgeben müssen. Natürlich gibt es auch immer noch die Bücherei, ist natürlich auch ein weiterer Effekt, aber ich muss halt sagen, bei mir war es einfach jedes Mal so, wenn ich mir ein Buch aus der Bücherei ausleihen wollte, war es immer nicht verfügbar und ich musste immer sechs oder acht Wochen warten. Dann bin ich ja auch jemand, der gerne alle Reihen hintereinander liest, also alle Bände einer Reihe hintereinander wegliest und dann immer acht Wochen zu warten, bis dann der nächste Band wieder verfügbar war. Das hat mich einfach genervt. Deswegen bin ich nicht mehr, ich weiß, als Kind oder teilweise auch als Jugendliche, aber ich bin nicht mehr eine Bibliotheksgängerin. Ja, und genau, das heißt, ich habe viel gebrauchte Bücher gekauft, aber ich mag es auch mittlerweile, neue Bücher zu kaufen. Das hält sich so ein bisschen die Waage 50-50, würde ich fast sagen. Also 50% meiner Bücher heutzutage oder in letzter Zeit kaufe ich gebraucht immer noch und 50% kaufe ich halt neu, weil gerade Neuerscheinungen natürlich auf gebrauchten, also Plattformen für gebrauchte Bücher nicht verfügbar sind und ich die aber trotzdem halt haben möchte. Wenn es aber eine ältere Reihe ist, die ich in den Fokus fasse, dann dann noch eher gebraucht. Und dazu kommt, dass ich eben auch einige lange Reihen habe, die ich jetzt immer noch weiterhin Stück für Stück vervollständigen möchte, die es nur gebraucht noch gibt. Zum Beispiel die alten Ausgaben der Scheibenwelt-Romane oder, so ein ewiger Frustfaktor bei mir, oder der, ich glaube, zehnte Band ist es, ja, der Stadt der Finsternis-Reihe von Elona Andrews, der da heißt Unheiliger Bund. Den suche ich schon seit Hunderten von Jahren. Beide hätte ich ihn mal gehabt, aber dann hat die Verkäuferin leider doch wieder ihr Angebot zurückgezogen. Es war super frustrierend und ich will halt diese Reihe unbedingt gedruckt im Schrank haben. Ich liebe die und mir bedeutet die viel und da ist es mir einfach wichtig, die da zu haben und zwar in der Hand und so und dran zu riechen und was. Aber da kaufe ich halt dann zwangsweise immer gebraucht. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, ob ich beim Rest meines Lebens nur noch gebraucht oder nur noch neu kaufen dürfte, würde ich halt definitiv sagen gebraucht. Klar, Bücher haben dann auch manchmal irgendwie einen Kratzer oder eine Macke an der Ecke oder halt diesen obligatorischen Mängelexemplarstempel, aber das stört mich nicht. Ich bin nicht so total empfindlich, was Bücher betrifft. Es gibt halt auch da für mich die goldene Mitte zwischen, ich lese das Buch nur halb geöffnet und ich mache halt tausend Leserillen rein und breche halt den Rücken. So, ja, es dürfen Gebrauchsspuren dran sein, das stört mich nicht, aber es darf jetzt auch nicht mehr unlesbar sein oder voll den Wasserschaden haben. Und tatsächlich hatte ich das jetzt bisher noch nie bei keinem der gebrauchten Portale, äh, der Portale für gebrauchte Bücher so. Ja, und allein wegen dem Geldfaktor, aber auch wegen dem Nachhaltigkeitsfaktor würde ich mal dann jedes Mal für gebrauchte Bücher entscheiden und lieber ein bisschen länger warten, bis dann auch die auf diesen Plattformen verfügbar sind. Die letzte Entscheidung Nummer 13. Online oder offline kaufen? Damit meine ich, ob man aktiv in die Buchhandlung geht und dort seine Bücher kauft oder auch vorbestellt und dort abholt oder ob man es eher online macht auf den bekannten größeren Plattformen oder halt auch über, ja, ich sag mal Second Hand, ne? Es gibt ja sowohl Antiquariate, wo man kaufen kann, als auch die üblichen Plattformen wie Medimops, ähm, Booklooker und so weiter. Und das meine ich quasi mit dieser Fragestellung oder mit dieser Entscheidungsstellung und ich würde mich immer für das Offline entscheiden. Natürlich nutze ich auch Bücher oder ich nutze das Angebot, Bücher online kaufen zu können, auch online vorbestellen zu können. Ich nutze es sehr intensiv, aber für mich ist es trotzdem wichtig, die kleinen Buchhandeln, die kleinen Buchhandlungen so, die in den Vororten verstreut sind in verschiedenen Städten oder auch in der Innenstadt immer noch zu unterstützen, damit die halt nicht komplett kaputt gehen. Ich finde, da gibt es auch so ein bisschen ein Hybrid-Ding oder so ein Hybrid-Konzept und das ist halt, dass diese Buchhandlungen ja auch Online-Seiten haben, wo man Bücher bestellen kann. Also heutzutage muss man, um kleine Buchhandlungen zu unterstützen, ja gar nicht mehr in die Buchhandlung reinlaufen. Trotzdem mag ich den Austausch. Ich mag es, in die Buchhandlung meines Vertrauens zu gehen, mich ein bisschen zu unterhalten, mich auch vielleicht mit der Person ein bisschen zu streiten, ja, über gewisse Bücher oder Themen, Empfehlungen zu bekommen, zu schauen, was dort auch auf den Empfehlungstischen so als liegt und einfach so ein bisschen rumzustrummern, was der Markt so bietet, ja. Und dann auch dort Zeit zu verbringen. Ich finde, es hat so fast was Meditatives für mich. Ich bin auch immer gern ungefähr eine Stunde bis anderthalb Stunden im Buchladen. Ich finde es einfach total schön, da Zeit zu verbringen und ein bisschen rumzuentdecken, was es halt einfach gibt. Und für mich ist es auch so eine Art Entschleunigung, weil wenn ich halt Bücher online bestelle, dann mache ich das mal zwischendrin, wenn ich Zeit habe in meiner Mittagspause oder wenn ich irgendwo beim Arzt sitze im Wartezimmer und so nichts besseres zu tun habe, dann bestelle ich Bücher. Und das ist halt irgendwie, ich weiß nicht, da geht so ein bisschen dieses Kauferlebnis von haptischen Büchern verloren. Das ist natürlich jetzt auch wirklich nur für gedruckte Ausgaben ein Thema, für E-Books ja nicht, weil warum soll ich in die Buchhandlung gehen, um ein E-Book zu kaufen, kann ich mir einfach runterladen. Ja, aber ich will auf jeden Fall eher, ich gehe auch eher offline kaufen. Also ich gehe eher in die Buchhandlung, da würde ich sagen, generiere ich so 80 Prozent meiner Neuzugänge raus und die restlichen 20 Prozent sind halt Neuerscheinungen bzw. vorbestellte Bücher. Aber ja, ich mag das. Ich mag das, dass dann auch irgendwie ein bisschen was Soziales dabei ist, wohingegen halt der Kaufprozess online, wenn man das bei irgendwo einer Plattform macht, halt doch irgendwie sehr antisozial ist. Also nicht im Sinne von, dass man nicht sozial sein kann, sondern eher, dass es halt gar keine Sozialität mit sich bringt und das finde ich ein bisschen schade. Genau. So, das waren meine 13 Challenges, Fragen, Aufgaben, wie auch immer. Natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr Lust hättet, in den Kommentaren auch ein, zwei Challenges hier zu beantworten und vielleicht auch zu begründen. Und ansonsten bleibt mir jetzt als letzten Akt in diesem Video nur noch zu taggen. Und zwar tagge ich drei Personen. Einmal die liebe Ruth von Zwischentausendzeilen. Die hat zwar schon einige Videos über ihr Leseverhalten gemacht, aber es würde mich freuen, wenn du Lust hättest, auch über dieses Video irgendwas zu machen oder den Tag einfach zu machen. Dann die liebe Ramona von Littera und die liebe Franzi von Tintengrill. Also, wenn ihr Bock habt, macht es. Und ansonsten darf sich natürlich auch jeder getaggt fühlen, der dieses Video sieht. Ihr seid alle angesprochen, jeder einzelne von euch. Ja. Und ansonsten bleibt mir, wie immer nur noch, zu sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.